So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge, denn es ist soweit. Team Go Rocket ist zurück und das heißt, ihr könnt Frustration verlernen. Also eigentlich heißt das nicht unbedingt das immer, weil es kann auch Team Rocket vorbeikommen, ohne dass ihr Frustration verlernen könnt, aber die ganze Zeit wartet die Community eigentlich nur darauf, wieder Frustration verlernen zu können. Die ganze Zeit, die ganzen Data Mines wurden jetzt wieder so viele Sachen gefunden zu Hoppa, zu Hupa und auch zu Giovanni, zum Krypto-Lugia und ja, es ist soweit. Sogar pünktlich jetzt ab 0 Uhr wurde das umgeschalten. Ihr könnt auch, wenn ihr im Heute-Tab im Spiel schaut, steht nochmal alles drin, was alles aktiv ist, was alles jetzt als Boni verfügbar ist. Das Ganze gehört trotzdem immer noch zum Licht-Festival. Ich möchte jetzt kurz mal darüber reden, ich werde das vielleicht auch dann jetzt abends gleich noch raushauen. Geht halt ein bisschen unter, weil es mitten in der Nacht ist, aber trotzdem ist es jetzt eben mehr aktiv geworden. Ich würde vielleicht auch schauen, dass ich morgen tagsüber dann losgehe, ein paar Rocket-Rüpel-Prügel und auch Giovanni-Besiege, der jetzt auch andere Pokémon zum Teil dann auch hat, auch die Rocket-Lieder andere Pokémon haben und ja, wir uns einen Krypto-Lugia holen, um zu gucken, wie gut oder schlecht das ist und dann auch gleich Frustration vergessen, dass es halt dann besser ist, als es dann jetzt ist, so ungefähr. Jetzt haben wir hier diesen Artikel nochmal. Den Artikel kennt ihr ja vielleicht alle, den habe ich ja schon mal vorgestellt. Licht-Festival, 5. bis 14. November, da konntet ihr euch alles angucken, was jetzt zum Licht-Festival gehört, was hier besonders ist. Edener als neues Pokémon, Elyceber als neues Shiny mit Weiterentwicklung, hin und her, Raid-Kämpfe mit Electag, Alola Raichu. Am Dienstag wird es wahrscheinlich auch Alola Raichu-Raids für Zuschauer geben, weil über 50% der Stimmen einfach Alola Raichu wollten, bei vier verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, ja, haben trotzdem die Hälfte alle gezielt auf das, das andere ein bisschen verteilt. Wenn ihr hier mal guckt, sind das aber zwei Abschnitte. Und gerade der zweite Abschnitt, der nicht mehr orange ist, der hierher geht, der ist dann anders. Man kann auch hier oben einfach drücken auf, zack, ein langer Schatten kehrt zurück und da haben wir nämlich dieses aussagekräftige Bild auch schon drin mit Krypto-Lugia. Leider sieht das Krypto-Lugia jetzt nicht so krass und heftig aus, wie alle immer dachten auf den ganzen Bildern. Es sieht halt einfach aus wie alles andere. Es ist halt einfach ein normales Lugia und hat halt auch dann diese roten Augen und hat auch diese stinkende Wolke um sich herum, müsste man sagen. Das Ganze ist Teil der Schabernack-Spezialforschung, ist auch hier nochmal aufgelistet, die ja in 16 Kapitel unterteilt war, was eigentlich wirklich nur 8 Kapitel waren. Jedes zweite war dann im Prinzip ein Platzhalter, bis es weiterging. Aber war okay. Es gibt ja manchmal Spezialforschung und da steht dann da, drehe 500 Jahre hintereinander einen Pokestopp und wenn du mal vergisst, einen zu drehen, dann wird das wieder resetet. Und so konntest du trotzdem einfach das machen, gemütlich. Es hat sich automatisch in die Länge gezogen, aber du konntest immer Stück für Stück den Abschnitt, der gerade aktiv ist, beenden und auf den Neuen warten. Finde ich besser, weil du konntest nicht zurückgesetzt werden. Der letzte Abschnitt wird also dann sein, dass man gegen die Rocket-Rübel kämpft, dass man gegen Rocket-Bosse kämpft, die Vorstände, und dass man auch Giovanni bekämpft, der jetzt natürlich sein Lugia dabei hat. Wer noch alte Superradare hat, könnte die nutzen, um gegen Giovanni zu kämpfen und mit dem aus der Forschung, aus dem Kapitel, wieder ein Radar bekommen und wieder kämpfen und könnte sich also mehrere Lugia sichern. Das ist möglich. Ich habe meine immer direkt weggemacht bei dem Pokémon, was da war, weil bei dem Neuen kriegt man ja auch eins und man weiß nie, was kommt. Man könnte auch alles ausgelassen haben und einfach jetzt zehnmal Lugia sich holen, aber dann habe ich lieber einen Arctus, einen Zapdos, einen Lavados und habe dann eben auch einen Lugia, anstatt zu sagen, ich lasse die drei Vögel aus und nehme nur Lugia zehnmal mit. Muss aber jeder selber wissen, wie er das macht. Die Spezialforschung geht also weiter. Das letzte Kapitel ist dann da. Es ist auch wichtig, dass ihr dann die Spezialforschung, die 16 Kapitel, alle komplett abschließt, bevor unsere Jahreszeit in Pokémon Go um ist, damit ihr eben eine zusätzliche Forschung erhaltet. Später. Wer das jetzt nicht schafft, muss sie dann für fünf Euro kaufen. Wer das jetzt aber schafft, und das sollte eigentlich nicht allzu schwer sein, der kriegt auch die Bonusforschung und in der Bonusforschung, so wie es ausschaut, geht es weiter um Hoppa. Ah, also Hupa. Und wenn man dem Glauben schenken mag, wird es wahrscheinlich dann sogar das entfesselte Hoppa geben. Das wäre auf jeden Fall richtig krass, weil das ja natürlich viel stärker ist als das jetzige, aber das jetzige schon mega stark ist, wenn man das so betrachtet. Die Schlagzeile Nummer 1 natürlich, Giovanni kehrt zurück. Ja, ganz normal. Gibt sicherlich Leute, die wissen gar nicht, was ein Giovanni ist, die Pokémon Go vielleicht erst seit zwei, drei Tagen spielen, noch nie gegen Giovanni gekämpft haben. Sollte machbar sein für Dauerspieler, für neue Spieler, die werden sich da vielleicht die Zähne dran ausbeißen. Immer einen Snobili-Cut hat er vorne drin. Dann nimmst du Lucario, Steigerungshieb, plädest das, steigerst dich, haust dann den Boden-Pokémon noch auf den Sack. Und als letztes dann Lucia. Gut, Lucia, könntest du wieder Despo da, Katapult, Steinkande oder eben auch Elektro-Pokémon nehmen. Mein Team war ja eigentlich immer Regirock, als zum Schilde rauslocken mit Zielschuss, weil das eben Bar-Ba-Bam schnell die Schilde rausgelockt hat und meistens auch Snobili-Cut besiegt hat. Dann habe ich einen Wasser-Pokémon dabei gehabt, weil er als zweites ja trotzdem meistens ein Boden-Pokémon hat. Da habe ich meistens Kyokre genommen. Und als letztes dann eben mein Despo da, mit Katapult, Steinkande, weil er meistens ja fliegende Vögel hatte. Oder gegen Feuer war das auch super. Mittlerweile habe ich aber mein Regirock gegen Lucario auch ausgetauscht, weil Lucario auch gegen alle drei Rocket-Bosse nützlich ist und auch die eigentlich spielend leicht besiegen kann. Und Lucario ist so ein overpoweredes, overhypedes Pokémon, aber nicht overhyped, denn der Hype ist ihm ja gerecht. Wenn irgendwann auch noch Mega-Lucario kommt, drehen die Leute komplett durch. Also Giovanni zurück. Da werde ich gucken, dass ich das morgen im Laufe des Tages noch mache, also heute. Team Gerocket hat weitere Krypto-Pokémon geschaffen. Seht ihr ja, wenn ihr gegen die Leader kämpft, was das ist. Es gibt natürlich auch schon diverse Grafiken, mit was da alles gekämpft wird. Ich möchte euch jetzt noch nichts verraten. Natürlich können alle drei wieder Shiny sein. Beziehungsweise, ich kann euch trotzdem schon verraten, Skorkler wird das Highlight sein wahrscheinlich, weil das einfach ein fetter Brocken ist. Da ein Krypto-Shiny-Skorkler. Fette Sache. Das andere, ja, Nidoran, das Kleine. Entwickeln, okay. Dann fett und groß vielleicht. Schreibt mal rein, auf was ihr euch freut, wie ihr das findet. Was ist euer Lieblingsboss? Gegen wen kämpft ihr am liebsten natürlich? Und wie findet ihr die neuen Pokémon? Es müsste jetzt Skorkler sein, es müsste Nidoran sein, und es ist noch was anderes. Das dritte könnt ihr auch drunter schreiben, wenn ihr das schon gehört habt. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel spoilern. Das Beste, was wohl wirklich hier dann dabei steht und dabei sein muss, ist eben das mit Frustration verlernen. Weil die Pokémon meistens unbrauchbar sind, außer man gibt eine zweite Attacke, dann stört Frustration nicht, aber man möchte vielleicht auch zwei starke Attacken haben und nicht einmal Frustration und eine normale. Nutzt die Zeit jetzt wirklich. Hier steht 9. November bis Fragezeichen. Sinngemäß müsste das ja jetzt trotzdem, wenn insgesamt das Lichtfestival vom 5. bis 14. geht, zwischendurch das dazu kommt, müsste das ja jetzt vom 9. bis 14. laufen. Wenn ihr ins Spiel reinguckt, seht ihr aber, dass da unterschiedliche Zeiten stehen, denn das Lichtfestival allgemein läuft noch fünf Tage und noch was Stunden, während das Rocket Event vier Tage und noch was Stunden läuft. Das Rocket, und damit auch die Frustration, ist also trotzdem eher vorbei, als das Lichtfestival an sich. Ist aber nicht nur ein Tag, sind nicht nur ein paar Stunden, ihr habt wirklich ein paar Tage Zeit. Nutzt das, nehmt eine Lade-TM, verlernt Frustration am besten bei allen euren Kryptos, die ihr gesammelt habt, beziehungsweise bei den besten Kryptos, bei den nützlichsten Kryptos, wie auch immer, je nachdem, wie viele Lade-TMs ihr habt. Und was ich nicht gesehen habe, was die ganze Zeit durchgeflutscht ist, es gibt ja auch ein neues Shiny, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Alle haben gesagt, Skalük im Feldforschungsdurchbruch, oh mein Gott. So ein Schmarrn, das kommt noch aus jedem Zwölfe-Ei. Nicht jeder macht Rocket-Bosse, nicht jeder macht Rocket-Rüpel, nicht jeder macht Rocket-Bosse, nicht jeder brütet Zwölfe-Eier. Manche wissen gar nicht, dass es Zwölfe-Eier gibt, die haben noch nie einen Skalük gesehen. Jetzt habt ihr es in den, also nicht nur im Feldforschungsdurchbruch, dann da, ist das jetzt noch drin? Was ist eigentlich? Feldforschungsdurchbruch? In den Feldforschungsaufgaben ist es drin. Es gibt also eine Quest, dann mit Besiege ein Team-Go-Rocket-Rüpel. Und daraus bekommt ihr Skalük. Und während ihr jetzt während dieses Festes oft diese Aufgabe sammelt, viele Rüpel besiegt, viele Encounter mit Skalük habt, könnt ihr auch ein Shiny bekommen, denn das gibt es jetzt als neues Shiny dabei. Also wurde eigentlich mit dem Lichtfest, ihr will nicht Ilde Zeva als neues Shiny angekündigt, sondern Skalük. Aber irgendwie entweder stand das nicht dabei, aber jetzt steht es dabei. Der Tobi hat mich da überrascht in der Gruppe, dass er das gesagt hat, dieser blöde Vogel, ich wusste gar nicht, was gemeint ist. Jetzt haben wir es gesehen. Also Skalük, neues Shiny, auch mit Weiterentwicklung natürlich dabei. Kann man brüten, kann man Feldforschungsaufgaben machen, Feldforschungsaufgaben habt ihr natürlich trotzdem irgendwie bessere Chancen, meiner Meinung nach. Jo, das war es jetzt erstmal mit dem Infovideo. Schreibt mal rein, auf was ihr euch freut. Findet ihr KryptoLuke ja wirklich, KryptoLuke ja wirklich so krass, so genial. Ist okay, sage ich mal, musste eh irgendwann kommen, aber ich verstehe den Hype dahinter jetzt nicht, weil es ja trotzdem normal aussieht. Hätte es jetzt anders ausgesehen, speziell ausgesehen, okay. Ich glaube, viele sagen, sie heben sich auch diesen Super Rocket Radar dann auf, bis irgendwann Mewtwo wiederkommt und machen dann einfach 50 Mewtos und nehmen dann alle 50 Krypto Mewtos mit. Kann man machen. Skalük bin ich mal gespannt, ob da was kommt. Ansonsten Frustration verlernen. Okay, mach mal. Spezialaufgabe abschließen, mach mal. Wird ein nettes Video, denke ich mal. Ich hoffe, es regnet nicht den ganzen Tag. Ansonsten sehen wir uns, wenn ich Giovanni verprügele, ja, und ihr dann auch und sagt mir dann, wie gut euer Krypto Lugia war. Es ist auch angekündigt, ein Event zu strahlender Diamant und leuchtender Perle, aber das möchte ich nicht jetzt auch noch am Dienstag mit reinquetschen. Das machen wir vielleicht dann am Mittwoch und schieben Raider Mittwoch auf Donnerstag oder wir machen es Donnerstag, aber dann hat es schon wieder jeder andere. Also, ich weiß es nicht, wie es am besten ist. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das eine, ihr auch, das andere hat ja trotzdem noch ein bisschen Zeit. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.